Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus nur vier Zutaten eine vegane Mousse Schokolade herstellen könnt. Dieses Rezept kommt besonders gut bei meinem 15-jährigen Sohn an und bei Freunden, die sich vegan ernähren. In den Supermärkten findet ihr in den Kühlregalen auch fertig hergestellte Mousse Schokolade. Die Zutatenliste dafür habe ich nicht im Kopf, aber ich schätze mal, dass die Hersteller nicht mit vier Zutaten auskommen werden. Es gibt auch ein Pulver für Mousse Schokolade, da muss man wahrscheinlich noch Milch oder Sahne hinzufügen, von einem gewissen Doktor. Den Namen lasse ich jetzt mal weg und ich möchte euch jetzt mal die Zutatenliste vorlesen. Zucker, fettarmes Kakaopulver, Schokolade. Diese Schokolade besteht wiederum aus Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Emugator, Lecithine. Weiterhin Glucosesirup, Palmfett, Gelatine, Emugatoren wie E472A und E471, modifizierte Stärke, Geliermittel, Karagen, Milcheiweiß und Salz. Ihr seht, das sind eine Menge Zusatzstoffe und ich schätze mal, dass es bei der Mousse Schokolade aus dem Kühlregal ähnlich aussieht. Als erstes seht ihr die vier Zutaten, die ich für diese einfache und vegane Mousse Schokolade verwende und wie ich sie herstelle. Das sind die wenigen Zutaten für eine selbstgemachte vegane Mousse Schokolade. Wir benötigen dazu 400 Gramm Seidentofu, etwas Vanillepulver, ca. 150 Gramm vegane Schokolade. Ich verwende eine Schokolade aus dem Bioladen mit 70% Kakaoanteil. Es gibt auch vegane Schokoladen mit einem geringeren Kakaoanteil. Die sind ein bisschen süßer. Da kann man eventuell dann das Süßungsmittel weglassen. Ich verwende als Süßungsmittel Jakonsirup und der zeichnet sich dadurch aus, dass er einen angenehmen, milden Geschmack hat und vor allem einen niedrigen glykämischen Index. Von diesem Süßungsmittel verwende ich etwa 1-2 Esslöffel. Und von der Schokolade verwende ich ca. 150 Gramm, also eine ganze Tafel und nochmal die Hälfte einer Tafel. Die Schokolade breche ich in kleine Stücke und erwärme sie in einem Wasserbad, sodass sie schmilzt. Hier auf dem Herd befindet sich ein mittlerer Topf. Den habe ich zur Hälfte mit schon warmem Wasser gefüllt und dann diese Schüssel mit den Schokoladenstücken hineingestellt. Dann drehe ich jetzt den Herd etwas hoch und lasse das jetzt ganz langsam schmelzen. In der Zwischenzeit lasse ich den Seitentofu abtropfen. Der ist ja noch ein bisschen in der Flüssigkeit in der Packung. Das lasse ich jetzt abtropfen, solange die Schokolade schmilzt. Ich habe jetzt drei der vier Zutaten in diesen Mixbecher gegeben. Den Seitentofu, das Vanillepulver und den Jakonsirup. Zu Hause würde ich jetzt diese Mousse au Chocolat mit einem Püree-Stab herstellen. Ich bin aber jetzt im Urlaub. Hier steht zwar ein, ich glaube ein Vitamix. Ist das ein Vitamix? Ja, hier in der Fernwohnung steht ein Vitamix, aber ich bereite dieses Mousse au Chocolat lieber mit einem Püree-Stab zu. Und den gibt es hier nicht. Und da habe ich mir jetzt hier so einen alten, so ein Mixgerät. Wir haben früher RG28 dazu gesagt. Und damit mixe ich jetzt erstmal diese drei Zutaten ganz fein, bevor dann die Schokolade dazu kommt. Die drei Zutaten sind jetzt sehr fein gemixt. Das ist auch der Vorteil am Seitentofu. Da lässt sich eben auch mit so einem einfachen Mixgerät sehr fein mixen. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem normalen, krümlichen Tofu. Und jetzt kommt die Schokolade dazu. Und das Ganze wird jetzt noch schön cremig gemixt, schön zu einer homogenen Masse gemixt. So sieht die gemixte Masse dann aus. Ihr seht, es lässt sich erkennen, eine schöne homogene Masse. Und diese gebe ich jetzt hier in diese Schüssel. Diese Mousse au Chocolat hat jetzt noch so einen Pudding-Charakter. Und deswegen stelle ich jetzt diese Schüssel in den Kühlschrank und lasse das Ganze schön durchkühlen. Da verändert sich auch nochmal ein bisschen die Struktur, weil ja auch die Schokolade dann wieder etwas fester wird, beziehungsweise dazu beiträgt, dass es dann mehr so einen Mousse au Chocolat-Charakter hat. Die Mousse au Chocolat war jetzt ca. 5 Stunden im Kühlschrank und mindestens 2 Stunden davon im Tiefkühlfach. Also allerdings war dieses nicht sehr hoch eingestellt. Also hat eine relativ milde Temperatur. Und ich will euch mal zeigen, wie so diese Konsistenz ist. Also jetzt nicht mehr so Pudding, hat keine Pudding-Konsistenz mehr. Es ist schon ein bisschen, sag ich mal, andere Konsistenz. So sieht eine Portion Mousse au Chocolat aus. Ihr könnt dann mit zwei großen Esslöffeln so eine Art Nocken rausstechen aus dieser Mousse au Chocolat und das dann hier so auf einen Teller geben. Wir haben dann noch geraspelte Schokolade darüber gegeben und mit Pfefferminzblättern dekoriert. Also ich hatte ja schon erwähnt, ca. 5 Stunden war das Mousse au Chocolat im Kühlschrank. Wer es noch fester mag von der Konsistenz, kann die Mousse au Chocolat dann auch die Nacht über im Kühlschrank lassen. Also 10 bis 12 Stunden und dann ist die Masse noch etwas fester. Die Mousse au Chocolat schmeckt am besten gut gekühlt, also wenn sie mindestens eine Nacht lang oder den ganzen Tag über im Kühlschrank stand. Ihr könnt aus dieser Mousse au Chocolat auch eine Art Eis herstellen, indem ihr die Mousse au Chocolat wirklich für ein paar Stunden in den Tiefkühlschrank stellt. Je nachdem, wie stark der Tiefkühlschrank eingestellt ist, am besten immer mal probieren, dass es nicht zu fest wird. Aber es ist auch eine wunderbare, schokoladige Erfrischung im Sommer. Von 1998 an habe ich sechs Jahre lang vegan gelebt und in dieser Zeit auch viele verschiedene Gerichte probiert. Also ich bin richtig kreativ geworden, habe viele Rezepte ausprobiert und auch versucht, konventionelle Kost zu veganisieren. Und natürlich habe ich damals auch versucht, Mousse au Chocolat zu veganisieren. Aber das ist damals nicht so gut gelungen, weil ich kannte damals noch keinen Seitentofu. Ich habe Mousse au Chocolat einfach mit dem normalen Tofu hergestellt, der so diese krümliche Konsistenz hat. Der Seitentofu hat eine sehr feine, cremige Konsistenz. Vor allem, wenn man ihn püriert, ist es eine feine, cremige Masse. Und mit diesem Seitentofu kann man wunderbar und ganz einfach ein veganes Mousse au Chocolat herstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Hinterlasst mir gerne Kommentare unter diesem Video. Was haltet ihr von diesem Rezept? Habt ihr auch eine interessante Variante einer veganen Mousse au Chocolat? Wie stellt ihr sie her? Ich freue mich über eure Rezepte, über eure Anregungen, über euer Feedback und wünsche euch noch eine wundervolle Zeit.